Wir machen heute was mega Verrücktes, auf das wir uns mega freuen. Und zwar gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und kaufen einmal alles. Die Jolie steht mir bei, bei dieser tollen Aktion. Ey, wir haben einfach die geilste Scheiße. Was? Wieso? Wir haben einfach die geilste Scheiße. Essen! Okay, bitte. Bist du bereit? Das ist alles so lecker. Mir läuft schon seit einer Stunde die Spucke im Mund zusammen. Das hier... Flammkuchen. Nee, der Flammkuchen. Ah, Flamm... Oh. Das ist schon richtig fettig hier. Oh, gut, ey. Oh yes, motherfuckers. Das ist Flammkuchen mit Schmangt und Zwiebeln und Lauch, oder? Und Lauch und Käse. Oh. Mit ein bisschen zu viel Grünzeug drauf. Aber es ist voll lecker. Das ist bestimmt alles geil. Wir essen das nachher alles auf. Natürlich essen wir das nicht alles auf. Jawohl. Wir müssen ja auf unsere Linie achten. Ich esse das alles auf. Okay. Was ist das? Langwurst. Sicher? Ja. Wow! Warum ist das so zugeklappt? Den isst man doch so offen, oder? Ja, ja. Boah, hast du das gesehen? Der Käse. Wir müssen alle, alle, von einer, alle, müssen alle einer von der Ecke abwenden. Romantisch. Los. Mmh. Boah. Mmh. Äh. Mmh. Saugeil. Das ist so lecker. Boah, Langwurst ist echt eines der geilsten Sachen, die es auf dem ganzen Planeten gibt. Das ist alles ungern. Damit mache ich gerne mein ganzes Gesicht voll, ey. Genau. Einfach frittierter Teig. Scheiß drauf. Der ist es egal. Das ist einfach so das ungesundeste, was man essen kann. Frittierter Teig, Schmand und Käse. Das ist einfach der Überkill. Mmh. Voll gewohnt. Außerdem haben wir auch Getränke gekauft. Oh, stimmt. Haben auch ein bisschen Durst. Und zwar Glühwein und Kakao mit Amaretto. Warum hast du einen Strohhalm? Was grünes. Mein Trinkgeräusch, ey. Muck, muck, muck. Oh, Tausch. Mega geil. Oh, Weihnachten ist einfach die schönste Zeit. Die ist zum Essen da. Zum Glühwein trinken. Zum Essen. Obviously zum Essen. Jetzt habe ich für euch noch eine kleine, kleine Werbeunterbrechung. Und zwar, falls ihr noch nichts für Weihnachten habt. Ich habe eine kleine Kollektion an Armbändern rausgebracht im Shop meiner Cousine. Die macht die nämlich. www.lea-look.com. Das sind handgemachte und mit Liebe gemachte Halbedelsteine. Meine Cousine macht das echt alles selber. Das sind Wahnsinns-Armbänder für Frauen. Sowohl auch für Männer. Ein paar Lederarmbänder und so. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Denn ihr habt auch einen Sale-Code. Und zwar heißt der Mrs. V-Log 1, 2, 3. Der kriegt ja alle Armbänder für 10% reduziert. Und ich denke, das ist ein schönes Geschenk für Familie, den Freund, eine Freundin, bla bla bla. Jeden, den ihr kennt. Und ich trage sie auch. Also guckt vorbei. Der Link ist nochmal in der Beschreibung. Oh, ich freue mich so. Ich habe immer noch richtig schwierig. Und jetzt, wo wir es echt testen, läuft es mir immer mehr zusammen. So schnell, ich will mehr davon. Was ist das? Reibekuchen. Oh, Reibekuchen mit Apfelmus. Wow, die sind noch warm. Vor allem, das erstaunliche ist, man konnte alles zum Mitnehmen. Sau krass. Weihnachtsmarkt, top of the pops. Voll geil. Apfelmus. Richtig. Apfelmus. Ja, den Apfelmus können wir wahrscheinlich eh nicht mitnehmen. Dann kommt die mit so einer Schachtel. Sau geil. Oh, yes. Das ist alles so fettig. Ey, ist auch geil. Wenn das Papier schon durchfettet, dann wisst ihr. Das ist so scheiße. Das ist keine gute Idee, dass ich das aufmache. Ist dir bewusst, ne? Ja. Es ist so geil. Fettig. Ich liebe Fett. Das macht mich einfach glücklich, dieses Video. Weißt du, das macht mich im Herzen glücklich. Dip it. Das macht mich im Herzen glücklich, das macht mich im Herzen glücklich, das macht mich im Herzen glücklich. Heftig geil. Das macht mich im Herzen glücklich, das macht mich im Herzen glücklich, das macht mich im Herzen glücklich. Do it. Wir haben kein Besteck. Wir müssen primitiv, wie wir sind mit den Händen essen. Ein Geräuschereiensten Genusses. Geil, liebe Fische. So lecker. Was ist das nochmal? Egal, wir müssen es so drauf machen, weil vielleicht fängt jetzt der Süßkram an. Wahrscheinlich sogar. Was ist es vom Geruch her? Hä, das kommt mir mega bekannt vor. Ja, Waffel. Ja, das ist keine Waffe, gar nicht zweimal Waffe gekauft, oder? Das ist eh alles das gleiche. Im Endeffekt ist das alles nur Teig, Zucker oder was? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe schon ganz vergessen, dass wir die gekauft haben. Die sind verladet. Oh no, die sind eingegangen wahrscheinlich. Alter, das ist alles so fett. Ich will einfach alles jetzt aufessen. Ich muss noch ein bisschen nehmen. Du siehst du jetzt? Bei der Süßigkeit, jetzt musst du ja ein bisschen. Das du alle haben. Geil. Schmeckt richtig lecker. Also Tu-Bus nicht zum Einpacken mit den Kindern. Nein. Kein, das lernen wir daraus. Das ist der Lehrauftrag in diesem Video. Wir müssen mal was beibringen. Tu-Bus. Was ist das noch? Das leckerste. Ah, oh, ah, eeeh. Das ist die geilste, die ich zutze. Oh, ich sterbe. Wenn du wegen einer zutert. Und zwar ist es ein, ich habe schon wieder den Namen vergessen, es kann doch nicht sein. Knapp! Ja, aber der ist klasse. Das ist so krass, wenn man sich mal überlegt, dass wir echt alles, was wir gesehen haben, haben wir alles gekauft. Wer macht sowas? Nur kranke Leute. Oh, ja, ja. Das ist auch. Hier, schau mal. Hier, schau mal. Guck, wie ich gar nicht esse. Weißt du, es gibt so Leute, die wollen überhaupt nicht fotografiert werden, wenn die essen. Und dann gibt es so uns, die sich so dabei filmen und sagen, so ein ganzes Fest machen. Und dann machen wir so, yes. Nochmal mal mal. Das ist die geilste Idee, die wir je hatten. Ich glaube auch. Das fand ich richtig schön als neue Kölnerin. Eine Domwaffel. Voll geil. Oha. Du hast sie vorhin am Weihnachtsmarkt schon probiert. Ja, ich habe schon ein Stück probiert, deswegen darfst du jetzt probieren. Das tut weh beim Kauen, so geil ist es. Oh, du hast das alles auf deine Fuderzucker, auf deine Fose gemacht. Scheiße. Kei-lei. Ich meine, einfach zu geil auf dieses Eichen. Ah, ich lasse es ja. Ich wollte das holen. Das ist ja geil. So, nächstes Storm-Themed-Piece. Oh, yes. Wie heißen die nochmal? Pin-Pan-Printers. Pin-Printers. Pin-Printers. Printen. Für eure schlechte Namen heute. Ich habe nur Hunger, deswegen. Hä, ich habe noch nie Printen gegessen. Das war der Grund. Bei Printen sind eigentlich da nicht Grund geplant. Aber die hat noch nie Printen gegessen. Hä, ich weiß nicht mal, was Printen sind. Das da. Ja, was da. Das da. Das ist eine ganz normale Lebkuchen. Eat it. Is it. Was ist da drin? Was da drin ist, ist einfach Zucker. Also du kanntest Zucker, was da drin ist. Da ist einfach nur Zucker. Wollen wir uns so nicht verarschen. Kann ich Zucker. Als ob da nicht so genug Zucker dran wäre. Einmal nochmal rein. Volleinkuchen. Jetzt haben wir noch was ganz besonderes gefunden. Jetzt sind wir die ganzen diesen reinbekommen. Worauf ich richtig gespannt bin. Oh ja. Und zwar gebrannte Mandeln. Kennt jeder? Wir können uns schon aufstoßen von dem ganzen Essen. Aber das sind gebrannte Mandeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Geil. Oh, in Küche, Raffaello, Oreo und Nutella. Und da hier nichts draufsteht, müssen wir jetzt erwarten, was was ist. Das sind die krassesten Mandeln bestimmt ever, die wir ever gegessen haben. Aber es sind schon mal krass, dass es die in Geschmacksrichtungen gibt mittlerweile. Ist heftig. Wie soll ich schon sagen? Mh. Schmeckt nach Mandeln. Mh. Schmeckt nach Mandeln. Mh. Schmeckt nach Leppra. Das ist so leppra. Schmeckt nach ganz normalen gebrannten Mandeln, finde ich. Aber nicht nach Oreo auf jeden Fall. Weil Oreo erwarte ich Oreo Geschmack. Nö. Erwarte ich auch. Es sieht auch ein bisschen mehr Keksig aus. Schau mal. Ja. Alter, was für ein Mund. Wow. Das ist Oreo. Doch, das schmeckt wahrscheinlich so. Es ist Oreo. Das schmeckt mega geil. Das ist echt geil. Ganz schmecklicher Keksgeschmack. Boah, ist echt geil. Boah, ist Hammer. So, jetzt kommt Raffaello. Oh, ich fühle mich wie so ein richtiger Fettsack, ey. So lange haben wir Keks. Ja. So richtig so. Vor allem. Ich auch nicht. Vor allem dieser Zuckerüberschuss. Boah. Das ist echt geil. Es geht noch richtig ab gleich. Und los geht's. Die schmeckt gar nicht gut. Die schmeckt nach alten gebrannten Mandeln. So vom letzten Weihnachtsmarkt. Darauf freut sich die Jodi glaube ich am meisten, oder? Die weißt du immer am gespanntesten. Fürsche. Oh, die hört sich aber schön aus. Das heißt klingelik. Prost. Boah. Was dir da rausgefallen ist. Heftig. Wie so ein Kirschbombom. Voll frisch und sauer. Boah. Die sind geil. Die sind echt geil. Boah. Mega geil. Ich glaube das war echt leider alles. Ich bin mega traurig. Ich auch. Aber es war so viel. Ich könnte noch viel mehr holen. Ja. Aber das war einfach schon alles. Wir haben alles geholt, was man holen könnte. Leute, was ist denn euer Lieblingsessen vom Weihnachtsmarkt? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir noch bei Jodi ein Video gedreht. Also vergesst nicht uns beide zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.